Du bist gerade frisch in The Elder Scrolls Online gestartet und fühlst dich absolut überfordert mit all den Möglichkeiten, die dir das Spiel offen hält. Du kannst alles machen in dieser riesigen Welt von Tamriel, vom Angeln bis hin zum krassen PvE und PvP-Kartenspiele. Es ist alles mit dabei. Doch was hat das eigentlich alles zu bedeuten? Wie viel muss man eigentlich für Elder Scrolls Online ausgeben? Wie erstellt man am besten seinen Charakter bzw. muss man da auf irgendwas achten? Was ist mit der Levelphase? Wie macht man da Charakterfortschritt? Wie erspielt man sich da Charakterfortschritt? Und vor allem, wie funktioniert eigentlich dieses unglaublich heftige Kamm-System? Das wird einem ja nur sporadisch erklärt. Das und vieles mehr heute hier in diesen Videos. Ich werde dir heute hier in diesem Einsteiger-Guide alles erklären, bis ins kleinste Detail zum Thema Ausrüstung, welche Stats sind wichtig. Aber auch allgemeine Sachen, die dir vielleicht niemand sagt. Dementsprechend hoffe ich dir, einen guten Überblick darüber zu geben. Ich habe dir in der Videobeschreibung Timesteps verlinkt. Wenn du da draufklickst, kannst du zu den jeweiligen Themen springen, die dich interessieren. Wenn du also der Meinung bist, schon über etwas Bescheid zu wissen, dann spul ruhig gerne weiter. In diesem Sinne, lasst uns loslegen und anfangen möchte ich mit der Frage, wie funktioniert eigentlich das Bezahlsystem, beziehungsweise das Bezahlmodell von Zelda Scrolls Online und es ist super easy, einmal kaufen, immer spielen. Ihr müsst für Zelda Scrolls Online keine laufenden Kosten in Anspruch nehmen, sondern ihr müsst nur ein einziges Mal bezahlen und dann könnt ihr so viel spielen, wie ihr wollt. Das heißt, wenn ihr euch hier die Standardversion für manchmal 10, meistens 20 Euro kauft, dann könnt ihr prinzipiell loslegen und müsst nichts weiter machen. Es gibt allerdings auch noch hier die optionale ESO Plus Mitgliedschaft. Bei dieser ESO Plus Mitgliedschaft bekommt man schnelleren Levelfortschritt, 10 Prozent, um genau zu sein. Das Inventarmanagement wird um ein Vielfaches vereinfacht und man bekommt monatlich 1650 Kronen. Kronen sind die Premium-Währung von Zelda Scrolls Online und jetzt schreckt nicht zurück. Auch da möchte ich euch natürlich gerne einen kleinen Einblick geben. Dazu springen wir hier einmal ins Spiel und zwar ist das die Echtgeld-Währung. Mit der könnt ihr hier im Kronen-Shop verschiedene Sachen kaufen. Es handelt sich dabei um kosmetische Items, solche Sachen wie zum Beispiel aber auch Spielerhäuser, die allerdings keinen spielerischen Vorteil bringen, Fortschrittsbeschleuniger und DLCs. DLCs sind die Erweiterung von The Elder Scrolls Online. Die sind zum einen Teil von ESO Plus, davon erscheinen pro Jahr drei Stück. Es erscheint aber auch einmal im Jahr eine große Erweiterung, die wegen ihres Umfangs nicht als DLC bezeichnet wird, sondern als Kapitel bzw. Chapter. Und ihr könnt euch die entweder bei Release kaufen, zum Beispiel jetzt dieses Jahr High Isles, oder aber ihr könnt ein Jahr warten, dann wird diese neue Erweiterung, dieses Kapitel, Teil von ESO Plus. Jetzt haben wir über das Bezahlmodell gesprochen. Ihr seid jetzt also in Zelda Scrolls Online unterwegs, habt euch die erste Version gekauft und jetzt geht es als nächstes mit der Charaktererstellung los. Die Charaktererstellung von The Elder Scrolls Online ist sehr, sehr umfangreich. Es gibt allerdings hier einige Sachen zu wissen, bei denen ihr dann bemerkt, aha, so eine große Rolle spielt das also eigentlich alles doch nicht. Vielleicht habt ihr ja schon in der Vergangenheit ein Elder Scrolls Spiel gespielt, Oblivion Morrowind oder auch The Elder Scrolls 5 Skyrim. Da habt ihr sicherlich gemerkt, dass man alles miteinander kombinieren kann und es einem nicht vorgeschrieben wird, was man nun ist. Ein Kampfmagier? Kein Problem. Das geht alles. Und genauso ist es auch im The Elder Scrolls Online. Die verschiedenen Völker, die ihr hier also wählen könnt in The Elder Scrolls Online, die sind nur ein nettes Beiwerk. Die haben zusätzliche Effekte, wie erhöhte Laufgeschwindigkeit, mehr Ressourcen, besseres Ressourcenmanagement oder ein wenig mehr Schaden. Aber ihr könnt prinzipiell alles mit allem spielen und vor allem, ganz wichtig, diese zusätzlichen passiven Effekte sind relativ vernachlässigbar, denn die sind nicht sonderlich stark. Das heißt also, einen orkischen Zauberer könnt ihr spielen. Let's go. Stellt euch einen. Das Volk legt allerdings die Allianz fest, in der ihr spielt. Das seht ihr hier oben. Also zum Beispiel diese drei Völker in der Allianz, diese drei Völker in der Allianz, diese drei Völker in der Allianz. Die Allianzen sind für Spieler versus Enemies, also PvE, den Content, den ihr also spielt mit anderen Spielern zusammen, gegen NPCs, gegen Prüfungen, Raids und so weiter und so fort, was es im Spiel gibt. Da spielt die Allianz keine Rolle. Das heißt also, ein Spieler aus dem Ebenwärtspakt kann zusammenspielen mit einem Spieler aus dem Bündnis. Völlig egal. Es gibt allerdings ein paar wenige Player versus Player, PvP-Inhalte des Spiels, und zwar die sogenannten Open World PvP-Inhalte. Das heißt, Kaiserstadt, Zerodil, kommen wir später noch dazu, und dort spielt die Allianz eine Rolle. Ihr könnt nämlich nur mit den Spielern zusammenspielen, die in derselben Allianz drin sind wie ihr. Dann als nächstes gilt es, die sogenannte Klasse zu wählen. Und auch hier gilt wieder, ihr könnt mit jeder Klasse alles spielen. MMO-typisch gibt es Rollen wie Schadensausteiler, Heiler, Verteidiger, aber ihr könnt auch hybride Charaktere spielen. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Und ganz wichtig, lasst euch nicht durch die verschiedenen Beschreibungen der Charaktere verwirren. Ein Templer kann ein exzellenter Schadensausteiler sein, ein Zauberer kann ein exzellenter Tank sein. Das heißt also, der Name der Klasse und die Beschreibung der Klasse sagt erstmal nichts darüber aus, was ihr später spielen müsst. Es gibt jeweils immer drei Klassen, und diese drei Klassen haben verschiedene Skillbäume zur Verfügung. Dazu springen wir jetzt mal hier ins Spiel, zum Beispiel hier auf meine Nachtlinge. Also, alle sechs Klassen, die es insgesamt gibt, und zwar einmal Nachtlinge, das ist sowas wie ein Assassine, dann gibt es einen Templer, das ist so der edle Ritter, der mit goldenen Sperren kämpft, den Zauberer, der mit Blitzmagie kämpft und mit Kristallen. Dann gibt es den Hüter, der Hüter ist so ein bisschen, ja, man könnte sagen, er ist so ein bisschen der Naturmagier oder vielleicht auch so ein bisschen Richtung Schamane. Dann haben wir den Nekromanten, klar, der kämpft mit Untoten und so weiter und so fort, die da letzten Endes mit am Start sind, also Untote auf jeden Fall, die euch da begegnen werden. Und, wen habe ich jetzt hier noch vergessen im Bunde? Drachenritter ist so ein bisschen, ja, Lava, Feuer, viel Verteidigung und so weiter und so fort, also so ein bisschen, so der, das steckt im Namen drin, der Drache sozusagen unter den Klass, wenn man so möchte, ja. Genau, und jede Klasse hat jetzt hier drei besondere Skillbäume, die sind also einzigartig. Das heißt, nur die Nachtlinge hat diese drei Skillbäume hier, Meuchelmord, Schatten, Auslaugen und das ist bei jeder so ein bisschen einzigartig. Meine Empfehlung, was ich euch ans Herz legen würde, ist, erstellt euch einfach am Anfang, lasst euch Zeit, legt euch nicht sofort fest auf einen eurer Hauptcharaktere, sagt nicht gleich, mein erster Charakter wird mein Hauptcharakter sein, sondern macht euch für jede Klasse einen Charakter. Also sechs Charaktere am Anfang mal schnell erstellen, natürlich lasst euch ein bisschen Zeit mit der Optik und so weiter und so fort, probiert euch aus hier in der Charaktererstellung, was ihr alles machen könnt und dann spielt ihr jede dieser Klassen mal so bis Stufe drei, bis Stufe zehn und guckt, was gefällt euch am besten an Animationen, das Feeling generell, wie gefällt euch die Klasse im Allgemeinen. Zusätzlich dazu gibt es dann auch noch verschiedene Waffenarten im Spiel. Sobald ihr also sozusagen durch seid mit der Charaktererstellung, euer Volk, eure Klasse gewählt habt, geht es weiter. Auch hier kann man sagen, jede Klasse, jedes Volk kann jede Waffenart spielen. Das heißt also, das entscheidet nicht gleich darüber, was ihr sein werdet. Ihr könnt also auch einen Zauberer mit Dolchen spielen und mit physischen Schaden, einen Verteidiger mit Froststäben, hey, let's go, erstellt ihn euch. Zur Verfügung stehen euch Einhandwaffen, Zweihandwaffen, wie zum Beispiel Biedenhänder, Äxte, Schilde und Einhandwaffen. Einhandwaffen sind beispielsweise Dolche, Keulen, Äxte, Schwerter. Dann gibt es Bögen und Heilungs- sowie Zerstörungsstäbe. Das sind die verschiedenen Arten, die es da gibt und die ihr dann letzten Endes spielen könnt. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, was ihr da spielen wollt, dann geht es natürlich darum, Charakterfortschritt zu erzielen. Das heißt also, ihr wollt vorankommen in Serialist Wars Online, ihr wollt euch coole Sachen erspielen und euren Charakter weiterentwickeln. Ganz wichtig dafür sind ganz zentral die sogenannten Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte bekommt ihr durch das Besiegen von Gegnern in der Open World, durch das Questen und ab Level 10 könnt ihr auch ins PvP. Ab Level 10 im PvP könnt ihr auch komplett leveln. Das heißt also, ihr könnt ab dort ab Level 10 nur noch PvP machen, wenn das euer Ding ist. Es gibt tägliche Aktivitäten über die Gruppensuche, dazu später ein bisschen mehr. Die geben euch dann massiv Erfahrungspunkte. Die solltet ihr auf jeden Fall machen. Neben den Erfahrungspunkten gibt es auch die sogenannten Attributspunkte. Das sind zum Beispiel diese hier. Die bekommt ihr durch Stufenaufstiege. Insgesamt 64 Stück. Die könnt ihr verteilen in Heiler meistens und Heiler und Magische Schadensausteiler verteilen die meistens in Magiker. Physische Schadensausteiler meistens in Ausdauer und Verteidiger hauptsächlich in Leben. Aber auch als Schadensausteiler beziehungsweise als Heiler kann man durchaus ein paar Punkte in Leben stecken. Auch wenn ihr das nicht in vielen Videos auf YouTube sehen werdet, macht das ruhig. Desto mehr Leben ihr habt, desto mehr Fehler könnt ihr euch erlauben. Seid ihr tot? Naja, dann bringt ihr niemanden etwas. Dementsprechend an dieser Stelle hier, ganz ganz wichtig, erlaubt euch auch ein bisschen was in Leben zu stecken, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr müsst nicht alles stupide nur in Ausdauer oder nur in Magiker setzen. Das könnt ihr dann immer noch später günstig im Spiel wieder ändern. Denn ihr könnt jederzeit Attributspunkte und Fertigkeitspunkte zurücksetzen für ein bisschen In-Game Gold und zwar bei solchen Schreinen in der Open World. Hier seht ihr das? Da sind Schreine verschiedene. Ich kann da auch gleich mal hingehen. Hier gibt es in jeder größeren Stadt. Ja, also beispielsweise hier in Gratwald sind hier direkt neben dem Teleportschrein hier diese Schreine oder weiß ich nicht hier in der Scharn. Ja, hier gibt es zum Beispiel auch diese Schreine. Die sind dann hier drin. Ja, und wenn man da jetzt mal schnell hinläuft sozusagen, dann können wir uns die mal gemeinsam angucken. Da könnt ihr dann letzten Endes sozusagen da könnt ihr dann letzten Endes sozusagen eure Fertigkeitspunkte die ihr ausgegeben habt eure Attributspunkte wieder zurücksetzen und könnt die neu verteilen und zwar ganz wichtig mit der Ingame-Währung ihr müsst euch das also nicht irgendwie für Kronen kaufen. So sehen diese Schreine zum Beispiel aus und hier könnt ihr jetzt sagen alles klar ich möchte alle meine Attributspunkte zurücksetzen oder ich möchte meine Fertigkeitspunkte zurücksetzen das dann euch offen lassen also hier zum Beispiel meine Attributspunkte jetzt habe ich die zurückgesetzt und jetzt kann ich die halt hier wieder neu verteilen an dieser Stelle hier wie mir das beliebt Fertigkeitspunkte bekommt ihr übrigens auch durch Stufenausstiege aber es gibt noch andere Möglichkeiten diese Fertigkeitspunkte zu bekommen überall in der leuchtenden Welt verteilt seht ihr so Lichtsäulen das sind die sogenannten Himmelsscherben bei diesen Himmelsscherben könnt ihr euch ebenfalls Erfahrungspunkte erspielen die bekommt ihr auch während der Einführung während des Tutorials erklärt da seht ihr auch einmal eine des Weiteren gibt es überall in der Open World sogenannte öffentliche Verliese die sehen immer so hier aus also das ist so eine Höhle da ist aber ganz wichtig kein Plus dran hier zum Beispiel ist ein Plus dran und auch ein Totenschädel das hier ist ein öffentliches Verlies kein Plus dran und dort gibt es immer einen besonderen Boss die sind auch nicht sonderlich anspruchsvoll die kann man durchaus schon am Anfang spielen nennt sich Gruppenwagnis und wenn man das spielt bekommt man ebenfalls Erfahrungspunkte des Weiteren gibt es Gruppenverliese die sind gekennzeichnet durch eben ein Plus die haben also auch so ein Höhlensymbol also beispielsweise das hier ist ein Gruppendungeon kommen wir später noch dazu der hat einen Plus deswegen ist er ein bisschen anspruchsvoller der ist nicht dafür konzipiert dass ihr ihn alleine macht dort gibt es eine einmalige Quest wenn ihr die durchspielt kriegt ihr ebenfalls Erfahrungspunkte dann gibt es noch wichtige Haupt- und Neben wichtige Haupt- und Gebietsquests und zwar erkennt ihr die immer an diesen Questmarker hier das ist der Questmarker an dem ihr erkennt alles klar wenn ich diese Quest jetzt spiele dann bekomme ich hier ebenfalls einen Erfahrungspunkt und dann gibt es noch die PvP-Ränge Stufe 1 bis Stufe 50 auch hier habt ihr letzten Endes die Möglichkeit in den PvP-Rängen euch Skillpunkte zu erspielen Fertigkeitspunkte zu erspielen insgesamt dann halt 50 Stück die ihr machen könnt was macht ihr mit diesen Fertigkeitspunkten nun ihr investiert sie natürlich hier in irgendwelche Skills rein also beispielsweise investiere ich jetzt hier einen Fertigkeitspunkt in die Assassinklinge und schalte mir die frei jetzt habe ich die freigeschaltet okay die erste Fertigkeit habe ich jetzt aber wie mache ich jetzt hier weiter ich bin ja Stufe 1 in Meuchelmord beispielsweise oder ihr seid Templer seit Stufe 1 in Edrische Speere was auch immer wie erzielt ihr jetzt Charakterfortschritt beziehungsweise Fortschritt bei diesen Skilllinien bei diesen Fertigkeitslinien das ist relativ einfach und zwar Learning by Doing ähnlich wie in alten Elder Scrolls Spielen das heißt also durch das Ausrüsten der Fertigkeit bekomme ich jetzt Erfahrungspunkte und einen Fortschritt beim beispielsweise Meuchelmord je mehr Fertigkeiten ich jetzt hier ausgerüstet habe ich bin jetzt weiß ich nicht Stufe 10 kann die nächste Fertigkeit ausrüsten bin Stufe 20 kann die nächste Fertigkeit ausrüsten und so weiter je mehr Fertigkeiten derselben Skilllinie ich habe desto schneller wird der Fortschritt bei dieser Skilllinie das heißt also wenn ich jetzt hier beispielsweise drei Bogenfertigkeiten ich kann jetzt hier nur eine Bogenfertigkeit ausrüsten mehr geht nicht wenn ich jetzt aber ab Stufe 4 die zweite Fertigkeit hier ausrüste dann level ich schneller weil ich mehr Fertigkeiten des Bogens nutze so könnt ihr euch zum Beispiel Fertigkeiten die ihr komplett neu freigestellt habt nochmal ein bisschen beschleunigen ein kleiner Geheimtipp überall in der Open World gibt es Bücherregale die könnt ihr einfach anklicken und auch hier gibt es Bücher ähnlich wie in den alten Elder Scrolls Zeilen die euch einen Levelfortschritt bringen das heißt wenn ihr die anklickt macht ihr sofort ein Level ab auf die nächste Stufe beispielsweise bei den verschiedenen Waffenarten bei den Handwerken und so weiter sofort ihr müsst die Bücher dann ja nicht lesen aber es lohnt sich die auf jeden Fall mal anzuklicken das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp den vor allem viele alte Spieler gar nicht mehr kennen wenn die nach Ewigkeit mal einen neuen Charakter machen wundern die sich jetzt warum habe ich da jetzt beim Buchregal lesen eigentlich einen Fortschritt gemacht dann gibt es verschiedene Weiterentwicklungen wie ihr hier sehen könnt wenn ihr die Fertigkeit eine längere Zeit genutzt habt die Fertigkeiten leveln auch nochmal hier beispielsweise Stufe 1 bis Stufe 4 und dann kann man die Fertigkeit einmal weiterentwickeln in verschiedene Weiterentwicklungen man sieht hier zum Beispiel sehr gutes Beispiel eine Entwicklung die Ausdauer kostet an Ressourcen und eine Entwicklung die Magiker kostet an Ressourcen insgesamt könnt ihr dann später das sind übrigens sogenannte Morphs diese Veränderungen heißen Morphs später falls ihr euch fragt wenn euch ein Spieler entgegenkommt mit dem Begriff Morph das ist damit gemeint ihr könnt später insgesamt zwei Fertigkeitslinien nutzen die zweite Fertigkeitslinie bekommt ihr ab Stufe 15 freigeschaltet und dort könnt ihr insgesamt fünf Fertigkeiten verteilen und jeweils immer eine ultimative Kraft das ist das wichtigste für den Anfang im Spiel das ist das wichtigste für die sogenannte erste Levelphase ich teile das nämlich immer ganz gern auf es gibt nämlich nach meiner Meinung auch noch eine zweite Levelphase bei der ihr dann Stufe 1 bis 50 erspielt habt und ab Stufe 50 habt ihr keine Stufen mehr im Sinne von Charakterstufen sondern ab dort geht es dann jetzt weiter mit den sogenannten Champion Punkten oder Champion System ihr seid sofort Champion Level 10 und jetzt lasst euch von der Zahl bitte nicht erschlagen könnt bis Champion Level 3600 leveln das Champion Level System ist sozusagen es sind auch wie Fertigkeiten also ihr könnt euch das hier oben vorstellen wie eine Skill Leiste sozusagen so ein bisschen könnt ihr euch das vorstellen und es geht sozusagen so in die Richtung dass ihr jetzt hier passive zusätzliche Effekte freischalten könnt ja also sozusagen hier beispielsweise mehr kritischen Schaden kommen wir später noch dazu was das bedeutet das könnt ihr dann ausrüsten wie eine Fertigkeit und dann macht ihr passiv dadurch dass ihr die ausgerüstet habt mehr Schaden am Anfang erstmal levelt man sehr sehr schnell also beispielsweise bis Champion Level 600 auch wenn diese Zahl wesentlich höher ist als Champion als Stufe 1 bis 50 levelt man sehr sehr viel schneller das heißt also das geht wirklich schnell und ihr könnt mit diesen Champion Punkten dann auch schon alles Wichtige freischalten es gibt dann verschiedene Arten von Champion Punkten wir haben einmal die aktiven Champion Punkte das sind beispielsweise diese hier die sind so ich nenne die immer kaltweiß also weil die so eine kaltweiße Farbe haben die gibt es auch in den anderen Farben hier also die hier sind eher so gelblich warmweiß und das hier ist wieder so ein kaltweißer das sind die sogenannten aktiven Champion Punkte die müsst ihr wirklich wie Fertigkeiten ausrüsten damit sie euch etwas bringen und diese warmweißen Champion Punkte hier die müsst ihr nicht ausrüsten die sind einfach aktiv sobald ihr da Punkte reingesteckt habt läuft das schon und jetzt gibt es hier verschiedene Farben wie ihr seht auch dazu lasst euch wie gesagt nicht überfordern dies ist hier ein Einsteiger Guide ich werde euch also alles erklären schaut es euch gerne nochmal mehrmals an wenn ihr was nicht verstanden habt ich versuche es euch so einfach wie möglich zu erklären aus eurer Sicht ohne Hintergrundwissen der erste grüne Champion Punkt Baum ist so sozusagen für nützliche Effekte Gold sparen Zeit sparen und so weiter und so fort ein Tipp hier von mir ist Sägen des Rosses 20% mehr Laufgeschwindigkeit ist am Anfang super easy kann man sich als erstes holen dann ihr habt ja schon gesehen gibt es manche Champion Punkte für die muss man erst vorhergehende freischalten also um jetzt hier Kampfvinesse nutzen zu können muss sich erst mal einen Champion Punkt davor freischalten um das dann letzten Endes nutzen zu können auch hier ist mein Tipp am Anfang tut erst mal 10 Punkte entweder hier in Ausdauer oder in Magiker je nachdem mit was ihr dann spielen wollt oder wo ihr euch mehr hingezogen fühlt und wenn ihr jetzt hier 10 Punkte in Ausdauer oder Magiker gesteckt habt könnt ihr hier rein könnt hier 10 Punkte in schnellere Erholung tun und dann habt ihr hier unten die Möglichkeit weniger Schaden durch NPCs zu erhalten also im PvE in dem was die meisten von euch am Anfang erst mal spielen werden bekommt ihr 10% weniger Schaden das ist unglaublich viel das wäre das erste was ich verteilen würde wenn ich Zugriff zum Champion Punkt System erhalten würde der blaue Champion Punkt Baum ist so ein bisschen für mehr Schaden Heilung aber wie ihr gerade gesehen habt halt auch bessere Verteidigung und der rote Champion Punkt ist auch sehr ähnlich der wie gesagt auch bessere Überlebensfähigkeit und besseres Ressourcen Management generell kann man hier sagen mit den drei äußeren Champion Punkten hier oben macht ihr nie was falsch da eure ersten Punkte reinzustecken und die dann auszurüsten ist generell immer eine gute Sache ja dementsprechend wäre das meine Empfehlung das waren jetzt erstmal die Sachen die ihr beim Leveln erfahrt der Charakterfortschritt den ihr letzten Endes macht jetzt vielleicht ganz interessant das Thema was sind denn weitere wichtige Sachen für euren Charakter überall in der offenen Welt gibt es sogenannte Mundusteine 13 Findlinge große Steine die überall rumstehen die könnt ihr sowohl in der offenen Welt hier finden so sehen die Bildchen dafür aus ihr könnt sie allerdings auch in Spielernhäusern antreffen wenn sich Spieler schon gute Häuser gebaut beziehungsweise erkauft haben das sind unglaublich mächtige Segen und nach der Charaktererstellung habt ihr erstmal keinen dieser Segen es lohnt sich also erstmal darüber nachzudenken welcher da interessant sein könnte die erhöhen euren Schaden sorgen dafür dass ihr ein besseres Ressourcenmanagement habt oder erhöhen eure Überlebensfähigkeit was ich euch ganz am Anfang empfehlen würde als als ja Mundestein als Segen ist die sogenannte Liebende die Liebende erhöht eure Rüstungsdurchdringung ihr könnt also Rüstung des Gegners ignorieren und dadurch mehr Schaden machen das ist vor allem beim Leveln sehr sehr interessant lasst euch da gern von Spielern erklären wo ihr die findet beziehungsweise vielleicht fragt ihr einfach mal im Chat nach ob sich jemand diese Mundesteine ins Haus gestellt hat so wie ich hier zum Beispiel und dann könnt ihr die da nutzen ohne die in der Open World suchen zu müssen der nächste Spaß den viele Spieler unterschätzen sind die sogenannten Verbrauchsgüter und auch die würde ich sofort am Anfang mir besorgen denn die können euch sehr sehr viel bringen die können euch letzten Endes einen großen Fortschritt auf euren Charakter bringen die werden also oft unterschätzt ihr könnt durch diese Verbrauchsgüter massig Ressourcen erhalten ein Beispiel hierfür sind zum Beispiel Speisen und Getränke also das sogenannte Buff Food Speisen und Getränke erhöhen eure Werte exponentiell hoch also ihr kriegt da richtig massig Werte und ihr könnt die super günstig für ein bisschen Gold wenn ihr eure ersten Quests gemacht habt beim sogenannten Gildenhändler erwerben was ein Gildenhändler ist und generell wie das Handelssystem in Alice Girls Online funktioniert würde ich später noch ein bisschen erklären aber ihr seht hier ihr bekommt hier massig Werte die Werte wo ihr dann zum Beispiel auch eure Attributspunkte reinstecken musstet werden nochmal extra erhöht und solche Sachen sind immer sehr sehr angenehm achtet darauf dass ihr wenn ihr noch einen Charakter habt der unter Stufe 50 ist und das werdet ihr wahrscheinlich haben wenn ihr dieses Video hier schaut dass ihr euch dann Sachen holt die mit eurem Charakter mit skalieren was bedeutet mit skalieren nun es gibt Speisen bei denen steht extra nochmal ran dieser Effekt skaliert abhängig von eurer Stufe das heißt also ihr könnt den immer benutzen mit Stufe 1 könnt ihr den benutzen mit Stufe 50 könnt ihr den benutzen mit Stufe 12 könnt ihr den benutzen ist völlig egal das gleiche gilt auch zum Beispiel hier für diese Speise es gibt aber auch Speisen wo dann explizit dran steht hey diese Speise kannst du nur ab dem Level so und so benutzen das heißt also die kann dann nicht jeder benutzen da müsst ihr darauf achten also immer auf diesen kleinen Text achten hey alles klar bitte nur benutzen oder bitte darauf achten dass die Sachen mit eurer Stufe skalieren das ist ganz so wichtig wenn ihr noch unter Stufe 50 seid ja und mit was solltet ihr auf jeden Fall schon unter Stufe 50 in Kontakt treten mit dem Kampfsystem das möchte ich euch jetzt als nächstes genauer erklären das Kampfsystem in The Elder Scrolls Online ist eines der großen Argumente fürs Spiel für den einen mag es sich speziell anfühlen für den anderen ist es großartig denn Elder Scrolls Online bietet euch sehr sehr viele Freiheiten was das Kampfsystem angeht wir haben hier also kein sogenanntes Tab Target System das heißt also ihr wisst einen Gegner an und drückt einfach nur eure Tasten das kennen wir aus vielen anderen MMOs sondern wir haben hier eine Mischung aus einem MMO ähnlichen Kampfsystem und den Elder Scrolls Singleplayer Kampfsystem sozusagen ein bisschen aus beiden Welten und es gibt sogenannte Kernfertigkeiten oder Kernkampffertigkeiten das sind keine Skills so wie ihr die jetzt hier beispielsweise ausrüsten könnt die wir vorhin behandelt haben also es sind keine für die ihr irgendwelche Fertigkeitspunkte ausgeben müsst sondern es sind Fertigkeiten die man sozusagen während des Kampfes jederzeit einsetzen kann ohne die in irgendeiner Form erlernen zu müssen die wichtigsten davon sind zum Beispiel die sogenannten schweren Angriffe dabei müsst ihr eure Angriffstaste durchgedrückt halten und macht dann schwere Angriffe die Besonderheit an diesen schweren Angriffen demonstriere ich jetzt ganz kurz einmal achtet mal auf meine Ausdauer denn diese schweren Angriffe stellen Ressourcen wieder her in Abhängigkeit zu der Waffenart die ihr da ausgerüstet habt und zwar Stäbe Heilungsstäbe Zerstörungsstäbe stellen Magiker wieder her wenn ihr einen schweren Angriff macht und alles andere stellt Ausdauer wieder her wenn ihr einen schweren Angriff macht dann gibt es noch die sogenannten leichten Angriffe die erzeugt ihr wenn ihr eure Angriffstaste nur einmal ganz kurz antippt die sehen dann so aus das hier ist ein schwerer Angriff oder hier mal mit den Zweihänder und das hier ist ein leichter Angriff diese leichten Angriffe stellen ultimative Kraft wieder her das ist eure sechste Fertigkeit bei mir ist das jetzt hier unten rechts diese Taste auf R die sind super super stark und wenn ihr einen leichten Angriff macht sozusagen dann habt ihr die Besonderheit dass der jede Sekunde drei Ulti-Punkte wieder herstellt neun Sekunden lang ein leichter Angriff zwischendurch stellt also 27 Ulti-Punkte wieder her was sehr sehr viel das ultimative Kraft ist quasi ein weiteres Ressourcenattribut so wie Magiker oder Ausdauer zum Beispiel deswegen also super wichtig deswegen kombinieren viele Spieler Fertigkeiten und leichte Angriffe das heißt also ihr wollt am besten von Anfang an lernen wie ihr das macht das nennt sich das Einweben von leichten Angriffen oder zu Englisch Light Attack Weaving oder Raving und da wechselt ihr einfach immer zwischen einem leichten Angriff und dann aktiviert ihr eine Fertigkeit ja so habt ihr quasi den Vorteil dass ihr ultimative Kraft generiert und eure Fertigkeiten wirkt und so könnt ihr am meisten Schaden machen desto erfahrener ihr werdet desto schneller führt ihr dann diese Sachen auch letzten Endes aus es wird dann irgendwann so schnell dass man die leichten Angriffe fast nicht mehr sehen kann es gibt aber nicht nur Angriffe es gibt auch defensive Kernkampf Fertigkeiten und zwar zum Beispiel die Ausweichrolle die Ausweichrolle kostet Ausdauer ihr könnt sie zum Beispiel wirken wenn ihr doppelt in die Richtung tippt in die ihr normalerweise laufen wollt oder indem ihr euch das auf eine extra Taste legt das könnt ihr hier bei Steuerung die Ausweichrolle kostet nicht nur Ausdauer nein sie reduziert auch den Schaden den ihr da erhalten würdet auf Null das heißt also die ist sehr sehr mächtig wenn ihr allerdings mehrere Rollen hintereinander in kurzer Zeit macht dann seht ihr ihr habt um eure Beine so grüne Kringel und wenn ihr jetzt mehrere Ausweichrollen hintereinander macht während ihr die grünen Kringel habt dann werden die Kosten für die Ausweichrollen immer teurer seht ihr das also exponentielle Kosten wenn ihr diese grünen Kringel um eure Beine verschwinden lasst und immer dann eine Ausweichrolle macht dann ist das alles kein Problem weil dann habt ihr keine exponentiellen Kosten also ich lade jetzt hier mit einem schweren Angriff meine Ausdauer wieder auf mache eine Ausweichrolle warte bis die grünen Kringel um meine Beine wieder weg sind und dann kann ich wieder eine Ausweichrolle zum gleichen Preis machen wie die erste oder halt eben wenn ihr mal aus einer brenzligen Situation weg musst die exponentiellen Ausweichrollenkosten in Kauf nehmen dann ist das halt eben so Blocken gibt es ebenfalls mit Blocken halbiert ihr den einkommenden Schaden Blocken kostet in der Regel Ausdauer wenn ihr mit Froststäben blockt könnt ihr das allerdings auch mit Magiker tun also ihr könnt auch Magiker mit also mit einem Froststab wenn ihr da blockt dann verbraucht ihr halt statt Ausdauer Magiker während ihr blockt wird eure Ausdauer Regeneration auf Null gesetzt bis ihr leer seid das heißt also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit Schaden bekommen würde würde ich immer weniger Ausdauer bekommen ihr seht ja auch unten meine Ausdauer füllt sich nicht wieder auf und sobald die dann auf Null springt werde ich sozusagen automatisch aus dieser geblockten Position wieder rausgeworfen Blocken hat allerdings noch mehr Funktion und zwar gibt es auch noch den sogenannten Wuchtschlag der Wuchtschlag ist ein geblockter Schlag dieser hier nämlich der kostet Ausdauer und der ist dazu da um zum Beispiel Spezialattacken von NPCs zu unterbrechen oder schwere Angriffe von feindlichen Spielern das erkennt ihr daran dass die um ihren Kopf so rote Strichelchen haben also wenn die Gegner um ihren Kopf rote Strichelchen haben dann führen die gerade entweder einen schweren Angriff oder generell eine Spezialattacke aus und diese könnt ihr unterbrechen indem ihr blockt und den Gegner unbashed mit diesem Wuchtschlag zu Englisch bashen des weiteren gibt es noch das sogenannte Ausbrechen werdet ihr kampfunfähig gemacht könnt euch also nicht mehr bewegen dann könnt ihr sowohl die Blocktaste als auch die Angriffstaste gleichzeitig mehrmals drücken und dann brecht ihr aus das heißt also ihr macht so eine Animation wo ihr so die Arme hebt und dann seid ihr wieder kampfbereit ihr könnt das kostet allerdings Ausdauer ihr könnt allerdings auch einfach warten bis ihr wieder kampffähig seid dann verstreicht aber Zeit in der ihr eventuell sterben könntet dementsprechend da auf jeden Fall drauf achten jetzt kennen wir die Grundsachen in The Elder Scrolls Online vielleicht mal zur Frage warum lohnt es sich denn überhaupt Elder Scrolls Online zu spielen was kann man denn überhaupt alles in The Elder Scrolls Online machen was gibt es für Aktivitäten beziehungsweise was gibt es so zu erleben natürlich gibt es voll vertonte Quests in The Elder Scrolls Online die ihr jederzeit spielen könnt das absolute Highlight in The Elder Scrolls Online sind die voll vertonten Quests und zwar nicht nur die Hauptquests sondern alles ist vertont jeder nebenquest jeder Charakter der nicht mal eine Quest gibt hat meistens zwei drei wenn nicht sogar mehr Dialogzeilen das heißt also die Welt ist sehr sehr immersiv und da gibt es jetzt verschiedene Arten von Quests wir hatten bereits die Gebiets Hauptquests kennengelernt die hat solch einen Questmarker hier und die geben euch dann halt Fertigkeitspunkte wenn ihr sie macht es gibt allerdings auch andere Quests zum Beispiel Nebenquests Nebenquests erkennt ihr an diesem Questmarker hier das ist so ein schwarzer mit blauer Umrandung dann gibt es auch noch die täglichen oder beziehungsweise wiederholbaren Quests die haben einen komplett hellblauen Questmarker so sehen die dann hier aus wie wir das hier über diese Anzeigetafel sehen die kann man meist täglich machen bei den Prüfungen beziehungsweise Rates dann wöchentlich Seid ihr überfordert und euch fehlt der rote Faden in CLS Online wie soll man denn jetzt die Quests in welcher Reihenfolge am besten spielen dafür gibt es Abhilfe und zwar den sogenannten Gebietsleitfaden um diesen Gebietsleitfaden zu starten öffnet ihr eure Karte und klickt hier auf Gebietsleitfaden und dann findet ihr hier die Taste Erzählung beginnen wenn ihr das anklickt dann führt er euch jetzt zur ersten Quest die ihr euch empfiehlt in welcher Reihenfolge ihr spielen sollt das heißt also er sagt uns jetzt hier halt du sollst erstmal ins andere Gebiet gehen also ins vorherige Gebiet um dort sozusagen kennenzulernen wie die Story hier losgeht und in welcher Reihenfolge man das spielt das kann man überall machen also wenn ihr jetzt beispielsweise hier im Kapitel Somerset seid könnt ihr auch hier diesen Gebietsleitfaden folgen oder ihr seid hier irgendwie im Kapitel Morrowind beziehungsweise Wartenfell auch hier könnt ihr das machen da sagt ihr euch dann hey pass auf hier findest du die aktuelle Hauptquest da musst du hin in der und der Reihenfolge kannst du das dann letzten Endes spielen ist also ziemlich einfach gemacht wenn man das dann letzten Endes erstmal weiß und natürlich gibt oder aber auch alles alleine mittlerweile gibt es in der Open World über 60 sogenannte Gruppendungeons oder auch eigentlich Viererverließe genannt diese erkennt ihr immer an diesem Plus also ein Höhlensymbol mit einem Plus und dort gibt es halt immer eine Quest mit einem Fertigkeitspunkt den ihr euch erspielen könnt und ihr könnt diese Gruppendungeons auch über die sogenannte Gruppensuche spielen die Gruppensuche da gibt es die Verlies-Suche und da könnt ihr einmal pro Tag super viel Erfahrungspunkte abholen und nochmal extra Belohnung per Post lohnt sich also hier vor allem auch in der Levelphase das immer mal wieder mitzunehmen so ab Stufe 10 oder so lohnt es sich auf jeden Fall immer mal wieder in die sogenannten Gruppenverliese reinzugehen über die Gruppensuche kriegt ihr nochmal mehr Erfahrung das bekommt ihr nicht wenn ihr die anreißt über die Karte bekommt ihr nur wenn ihr das hier über Warteschlange beitreten startet und das kann man täglich durchaus einmal machen um die ganzen Erfahrungspunkte einzusammeln darüber hinaus gibt es auch noch Solo Dungeons die auf dem Niveau eines Gruppendungeons ist beziehungsweise sind das sind hier die sogenannten Arenen die haben kein Plus aber auch so einen krassen Höhleneingang sind einfach super lange Instanzen auf dem Niveau eines Gruppendungeons auch gibt es die sogenannten Zwölfer Prüfungen oder halt eben auch Raids in der Umgangssprache davon gibt es inzwischen auch schon über zehn Stück für zwölf Spieler halt eben die sind nicht in der Gruppensuche mit drin die sind levelunabhängig ihr könntet also einen Raid prinzipiell oder einer Raid Gruppe schon ab Stufe drei beitreten falls ihr eine Gruppe findet die euch da mitnimmt man kann die so oft spielen wie man will es gibt da keine Einschränkungen aber es gibt eine wöchentliche Quest die extra Belohnungen gibt das ist so eine wiederholbare Quest mit blauen Quest Marker die könnt ihr halt nur einmal alle sieben Tage machen darüber hinaus könnt ihr den Raid für den Loot aber so oft spielen wie ihr wollt all diese Gruppen Inhalte könnt ihr auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen und zwar gibt es einmal normal wenn ihr die neueren Dungeons auf normal spielt dann gibt es dort Titel friedliche Begleiter die man sich freischalten kann und ich würde euch empfehlen das so ab Stufe 10 bis Stufe 30 anzufangen da kann man ohne Vorerfahrung rein einfach drauf los und erstmal ein bisschen den Gruppen Content kennenlernen dann gibt es Veteran Dungeons diese Veteran Dungeons kann man beginnen indem man in der Gruppen Einstellung sagt hey die Gruppe in der ich mich aktuell befinde ist eine sogenannte Veteran Gruppe also hier kann man von normal auf Veteran umschalten dann ändert sich der Schwierigkeitsgrad der Gruppen Dungeons und da bekommt man teilweise coole Häute also zum Beispiel hier dieser Skin ist aus einem Veteran Dungeon also die Veränderung meiner Haut die Veränderung der Optik meiner Haut es gibt dort aber auch Titel und so weiter und so fort ich würde euch die empfehlen wenn ihr bereits diese selben Inhalte schon mal auf normal gespielt habt und vielleicht schon Champion Level 4 bis kann man den Endboss also den letzten Gegner im Gruppendungeon oder in der Prüfung noch mal in den sogenannten Hard Mode versetzen in den neueren Dungeons und Raids kann man alle Bosse in den sogenannten Hard Mode versetzen das kann man meistens indem man mit irgendetwas interagiert das sind häufig Schriftrollen in der öffentlichen Welt manchmal aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Flaggen aufstellen und dort wird dann der Boss noch mal in einen schwierigen Modus versetzt noch schwieriger als Veteran da gibt es seltene Titel auch wieder hier heute bzw. Skins Verwandlungen also wo euer komplettes Charakter aussehen auch mit dem Charakter verhalten und so weiter und so fort komplett verändert wird und dann gibt es halt eben auch noch solche Sachen wie Persönlichkeiten bei Persönlichkeiten verändern sich die Animation eures Charakters also ihr habt vielleicht bemerkt mein Charakter hier ist die ganze Zeit so gekrümmt normalerweise sieht das ja so hier aus aber ich habe jetzt zum Beispiel die Wurmzauberer Persönlichkeit dadurch macht er manchmal so magische Sachen mit den Händen und so weiter und so fort die Heart Modes würde euch würde ich euch nur ans Herz legen wenn ihr bereits eine geübte Veteranen Gruppe habt die bereits schon mal öfters zusammen gespielt habt und Champion Level 700 ist auf jeden Fall empfehlenswert wenn nicht sogar mehr darüber hinaus gibt es noch etwas Neues in Salesforce Online und zwar das sogenannte Kartenspiel Ruhmes Geschichten das Kartenspiel Ruhmes Geschichten ist ähnlich aufgebaut wie Dominion es geht um das Prinzip einfach zu lernen aber hart zu meistern es ist ein Deck Building Game das heißt also es geht darum während der Spielpartie euer Deck zu bauen und zu verbessern damit ihr das Spiel letzten Endes gewinnt ihr könnt das in jeder Taverne spielen gegen NPCs aber auch Duelle in der Open World machen gegen andere Spieler und auch hier gibt es eine extra Gruppensuche die ihr nutzen könnt diese Gruppensuche findet ihr hier unter Ruhmes Geschichten und die sieht dann ähnlich aus wie beispielsweise hier diese Zufallsverliese auch dort gibt es eine tägliche Extra Belohnung und Erfahrungspunkte und es gibt auch ein sehr schönes voll vertontes Tutorial bei dem ihr Spaß lernen könnt also guckt euch auf jeden Fall mal an soviel dazu und wir wollen weitergehen zum nächsten Spielinhalt denn es gibt nicht nur PvE Spielinhalte sondern es gibt auch richtig krasse Spieler versus Spieler Inhalte und da gibt es vier verschiedene Arten von beim PvP könnt ihr jeden Spieler in der Open World zum Duell herausfordern das ist dann ein 1 versus 1 gegen den Spieler den ihr herausgefordert habt des weiteren gibt es die sogenannten Schlachtfelder Schlachtfelder sind 4 versus 4 versus 4 und man kann sich das vorstellen wie kleine instanzierte Karten ähnlich wie zum Beispiel bei großen ähm wie bei anderen großen Titeln wie Curl of Duty oder so da habt ihr also solche Sachen wie Flaggen einnehmen oder Team Deathmatch und so weiter und so fort auch hier gibt es über die Gruppen Aktivitätssuche den Zugang zu diesen Schlachtfeldern und es gibt täglich unglaublich viele Erfahrungspunkte und erstklassige Belohnungen ihr solltet die auf jeden Fall zum Level nutzen denn ihr bekommt unter Stufe 50 wirklich Gegner die euch ebenbürtig sind bei den verschiedenen sogenannten Allianzkrieg Kampagnen hier gibt es einmal Kampagnen die euch in die sogenannte Kaiserstadt führen die Kaiserstadt liegt ganz in der Mitte von Tamriel um genau zu sein hier in Zerodi und die Kaiserstadt ist Kleingruppen PvP das heißt also hier spielt dann die Allianz die ihr gewählt habt eine Rolle ihr könnt hier wertvolle Handwerks Materialien erspielen seltene Verwandlungen und noch vieles mehr das Kleingruppen PvP der Kaiserstadt könnt ihr kostenlos betreten ihr müsst es euch allerdings einmal kurz freischalten und zwar wenn ihr auf den Reiter DLCs im Kronen Shop gibt dann gibt es dort irgendwo die Imperial City die Kaiserstadt die ist gratis die müsst ihr einmal anklicken und dann ist die freigeschaltet des weiteren gibt es noch das Großgruppen PvP Cero Deil das ist das was um die Kaiserstadt herum stattfindet und ihr seht hier schon diese krassen Bogen und so weiter und so fort im Großgruppen PvP könnt ihr ja große Schlachten großen Schlachten beiwohnen mit teilweise mehr als 12 Spielern teilweise stückweise auch 40 Spieler versus 40 Spieler und so weiter und so fort es gibt hier also um Ressourcen einnehmen Bogen einnehmen richtig fette Belagerungsschlachten die dank der neuen Server die jetzt Stück für Stück auf die jeweiligen Plattformen kommen auch wieder ziemlich gut funktionieren es gibt aber nicht nur PvP nicht nur PvE es gibt auch solche Sachen wie Handwerke was viele ziemlich wichtig werden finden also zum Beispiel Crafting im Allgemeinen auch das möchte ich euch ein bisschen genauer zeigen beim Crafting gibt es jede Menge verschiedene Handwerke und in jeder Stadt könnt ihr die Handwerkstellen dafür letzten Endes finden es gibt zum Beispiel einmal die sogenannte Schmiedekunst da könnt ihr Waffen herstellen und Rüstungen herstellen dann gibt es die Schneiderei da könnt ihr leichte und mittlere Rüstung herstellen zu den Rüstungsarten kommen wir gleich noch dann gibt es die Schreinerei für Schilde Stäbe und Bögen Alchemie unglaublich wichtig da mixt ihr verschiedene Reagenzien zusammen und bei der Alchemie gibt es eine passive die nennt sich Heilkenntnis die die Tränke häufig auf Cooldown benutzen also immer wenn sie verfügbar sind werdet ihr sie benutzen es lohnt sich also die Effekte der Tränke zu verlängern dann gibt es noch die sogenannte Versorgungskunst da könnt ihr dann halt die Verbrauchsgüter herstellen das heißt also die mächtigen Bufffoods über die wir vorhin gesprochen haben die eure Ressourcen dann maßgeblich erhöhen können die Speisen und Getränke die Verzauberung wo ihr noch zusätzliche Effekte auf eure Ausrüstung legen könnt bei diesem Gegenstand hier zum Beispiel erhöhte Ausdauer und wenn ihr die Erweiterung Somerset besitzt dann bekommt ihr auch hier in Somerset in der Stadt Alinor Zugriff durch einen NPC der hier unten steht Zugriff auf das sogenannte Schmuck Handwerk das ist das siebte Handwerk im Bunde da könnt ihr halt Ketten und Ringe herstellen ähnlich wie das schon bei der Ausrüstung beziehungsweise bei den Waffen der Fall ist soweit erstmal dazu es gibt überall in der Open World Materialien zum Aufheben das heißt also sobald ihr aus irgendeiner Stadt raus seid werdet ihr die überall sehen normalerweise leuchten die erstmal bei euch nicht das heißt also ihr müsst ein bisschen genauer hingucken aber dann werdet ihr überall in der öffentlichen Welt Reagenzien finden hier zum Beispiel für die Alchemie oder hier Holz und das könnt ihr dann abbauen das ist super easy und es gibt dann noch passive Skills bei den Handwerken wenn ihr die ein bisschen levelt bei denen werden die dann auch noch hier so leuchtend hervorgehoben an dieser Stelle hier das sind die sogenannten Lupen die findet ihr dann hier wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid der geschulte Blick den könnt ihr bei den jeweiligen Handwerken immer freischalten ihr könnt das auch von anderen Spielern in der Open World kaufen beim sogenannten Gildenhändler den zeige ich euch gleich noch manchmal könnt ihr die Sachen auch bei Händler NPCs kaufen also es gibt Stilmaterialien die Händler die häufig in der Nähe stehen von den Handwerksstationen dort könnt ihr Stilmaterialien herstellen für die jeweiligen verschiedenen optischen Eigenschaften von Items es gibt auch Wildtiere wie Wölfe oder Trolle die euch dann Leder zur Verfügung stellen was ihr dann wiederum veredeln könnt und nutzen könnt im Handwerk gibt es eine besondere Form von Erfahrung die nennt sich dann nicht Erfahrungspunkte sondern Inspiration und wenn ihr die levelt dann bekommt ihr besondere neue Möglichkeiten also beispielsweise könnt ihr dann effizienter Sachen herstellen ihr braucht weniger Materialien ihr bekommt mehr beim Verwerten und so weiter dann sofort also da gibt es sehr viel Vielfalt ganz wichtig bei diesen NPCs wo ihr euch diese Steam Materialien holen könnt also die die in irgendeiner Stadt rumstehen bei den Handwerkstationen häufig den Ausrüstungshändlern und so weiter und so fort kann man hier immer ein bisschen gucken wo die rumstehen also es unterschiedlich wo die rumstehen hier zum Beispiel beim Markt werden einige stehen und da möchte ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kauft euch von diesen NPCs bitte unbedingt nichts das heißt also das was die hier anbieten diese ganze Ausrüstung das ist sorry das so zu sagen aber das ist einfach Goldverschwendung deswegen verschwendet nicht euer Gold und kauft euch von diesen NPCs nicht ihr könnt euch dann relativ schnell bessere Sachen herstellen denn ganz wichtig ich würde euch von Anfang an empfehlen und das ist jetzt ein Hinweis hier der beim Handwerk gibt später im Spiel Gegenstände die ihr findet einfach beim Looten die Eigenschaften haben zum Beispiel dieser Gegenstand ist erfüllt dieser Gegenstand hier ist beispielsweise Nürn geschliffen und dieser Gegenstand hier ist präzise das heißt also ihr werdet immer mal wieder Gegenstände looten in der offenen Welt die ihr dann nicht verkaufen solltet sondern die könnt ihr dann hier analysieren bei den Handwerken ihr habt die dann hier irgendwo ausgewählt und könnt ihr dann anklicken und dann sieht das hier so wie bei mir aus dann wird das gerade analysiert ist ganz wichtig das so früh wie möglich zu machen also nichts zerlegen nichts verkaufen nichts wegschmeißen immer erst zum Handwerkstisch gehen und gucken ob ihr dort etwas analysieren könnt denn später gibt es noch ein System was auf dem analysieren aufbaut und zwar gibt es später noch das sogenannte transmutieren beziehungsweise rekonstruieren bei diesem könnt ihr Eigenschaften von Gegenständen ändern das heißt also ihr habt jetzt irgendeinen Gegenstand diesen Dolche zum Beispiel der präzise ist und ich möchte den aber nicht mehr präzise haben sondern ich möchte den gerne in geschärft haben dann kann ich mit diesem Transmutationssystem den Gegenstand in die gewünschte Eigenschaft ändern früher musste man sich die hart erarbeiten die Sachen seit es dieses Transmutationssystem gibt kommt man relativ einfach da ran man kann allerdings auch Items rekonstruieren Sachen die ihr irgendwann mal in der öffentlichen Welt gefunden habt also jeder Set Gegenstand den ihr jemals erhalten habt der wird im sogenannten Stickeralbum oder auch der Set Gegenstand Sammlung abgespeichert das heißt also hier werden alle Sets die ihr jemals bekommen habt abgespeichert die gehen quasi nicht verloren auch wenn ihr die Items schon nicht mehr besitzt die irgendwann mal verkauft habt solange die Items irgendwann mal an euch gebunden wurden sind die hier in eurem Stickeralbum drin und dann könnt ihr die wiederherstellen ihr habt zum Beispiel aus Versehen irgendwas zerstört kein Problem könnt ihr einfach rekonstruieren oder ihr braucht ein Item auf den anderen Charakter nochmal kein Problem könnt ihr einfach verdoppeln und das sind alles sehr sehr schöne Sachen an die man relativ einfach einfach rankommt um diese Sachen herzustellen oder zu verändern braucht man die sogenannten Transmutation Steine die bekommt ihr bei sändlichen PvE und PvP Aktivitäten zum Beispiel ganz viel wenn ihr hier diese Gruppensuche regelmäßig nutzt das heißt also Kartenspiele machen Schlachtfelder machen oder zufällige Gruppendungeons machen analysieren müsst ihr aber auch um später besondere Handwerksets herzustellen Handwerksets sind eine Besonderheit das sind Sets die es gibt verschiedene Arten von Sets und das sind Sets die ihr relativ einfach erhalten könnt indem ihr euch sie von anderen Spielern herstellt oder indem ihr sie euch selbst herstellt ihr findet diese Handwerkset Tische überall verstreut in der ganzen Welt überall hier sind Handwerksbänke verteilt und manchmal findet ihr die auch in Spielerhäusern wenn die Spieler da viel reingesteckt haben und das sind dann herstellbare Sets mit besonders interessanten Effekten und das Wichtige hierbei ist man braucht Eigenschaften um das herzustellen also zum Beispiel für dieses Handwerkset brauche ich zwei analysierte Eigenschaften ich muss also hier bei Stoff bei der Robe zwei verschiedene Eigenschaften analysiert haben um mir das Set letzten Endes gönnen zu können bei diesem Set sind drei Eigenschaften es gibt aber auch Sets die neuen Eigenschaften brauchen zum Beispiel da muss man erstmal eine ganze Weile was für machen bevor man die dann letzten Endes nutzen kann und diese Sets können auch mit der gelooteten Ausrüstung die er in der offenen Welt findet mithalten Ausrüstung was gibt es für Ausrüstung nun wir kennen schon die verschiedenen Rüstungsarten im Allgemeinen wir haben leichte Rüstung mittlere Rüstung schwere Rüstung das sehen wir auch dann hier an den jeweiligen Items da steht immer oben links leichte Rüstung mittlere Rüstung und so weiter und so fort die leichte Rüstung ist besonders interessant für Schadensausteiler aber eben auch für Heiler dann gibt es die mittlere Rüstung die ist hauptsächlich nur interessant für Schadensausteiler manchmal Ausnahmen auch für Verteidiger und dann gibt es die schwere in der Welt überall lootbare Gegenstandssets die haben wir jetzt ja hier schon im Sticker Album einmal ganz kurz gesehen das sind sogenannte Fünnwer Sets die nennt man so weil wir hier 1 2 3 4 bis bei 5 dann jeweils sozusagen für 5 ausgerüstete Gegenstände dasselben Sets besondere Effekte erhalten die ziemlich stark sein können und auch häufig einzigartig sind man unterscheidet bei den Sets zwischen verschiedenen Arten es gibt einmal die Open World Sets und die PvP Sets die sind handelbar die könnt ihr also von anderen Spielern kaufen und dann gibt es die sogenannten Dungeons und Raid Sets die könnt ihr nur innerhalb der Gruppe handeln in der ihr sie erspielt habt im späteren Verlauf gibt es auch noch sogenannte Spezial Waffen das sind dann ganz besondere 1er Sets meistens oder wenn ihr Schild und Schwert habt beispielsweise 2 Einhand Waffen und 2 Assets bei denen bekommt ihr einen besonders mächtigen Gegenstandseffekt schon mit wenig ausgerüsteten Teilen das heißt also die bekommt ihr dann besonders häufig aus Arenen da gibt es zum Beispiel die Vierer Arena Drachenstern Arena ist wie ein sehr langer Gruppendungeon und dort gibt es beispielsweise die Meisterwaffen die bekommt man wenn man den Endboss besiegt und so weiter und so fort und dann gibt es noch sogenannte mystische Items die bekommt ihr wenn ihr im Besitz von der Erweiterung Greymoor seid dem westlichen Himmelsrand und diese mystischen Items sind unglaublich mächtige Einersets hier die haben richtig kranke Effekte die lohnen sich auf jeden Fall das heißt also sich die Erweiterung mal anzuschauen da sind auf jeden Fall einige spannende mit dabei und dann gibt es noch die sogenannten Zweiersets auch als Monstersets bezeichnet das sind dann besondere Sets die ihr von der Gilde der Unerschrocknen oder aus den Gruppendungeons bekommt zu den Unerschrocknen später noch ein bisschen mehr wenn ihr jetzt ein besonders interessantes Item habt und darauf aufpassen wollt dass ihr es nicht aus Versehen verkauft oder zerstört oder irgendwas also ihr wollt sicher gehen dass das nicht verschwindet dann könnt ihr das mit einem Rechtsklick sperren auf der Konsole könnt ihr das Menü öffnen und könnt das Item sperren des weiteren könnt ihr bei jedem NPC der Händler ist in der Open World eure Rüstung wieder reparieren die haben hier einen Balken unter Stufe 50 und wenn dieser Balken komplett leer sein sollte dann ist der Gegenstand kaputt und ihr Stichwort denn es gibt viele Werte in The Elder Scrolls Online mit denen man eigentlich gar nichts anfangen kann weil die sehr kryptisch sind deswegen möchte ich euch jetzt hier einen rudimentären Überblick über die verschiedenen Werte in The Elder Scrolls Online geben was bedeutet denn eigentlich welcher Wert der Schaden von euren leichten und schweren Angriffen sowie euren Skills und auch die Heilung von euren Skills hängt von einer Kombination von was ihr möchtet das heißt also alles ist miteinander kombinierbar und zwar schaut das Spiel was habt ihr denn mehr habt ihr mehr Magiker alles klar dann benutze ich Magiker um den Schaden zu berechnen habt ihr mehr Waffenkraft alles klar dann benutze ich Magiker und Waffenkraft um den Schaden einer Fertigkeit zu berechnen habt ihr mehr Magiker und Magiekraft oder generell also es geht immer um Magikern Ausdauer Magiekraft und Waffenkraft das sind immer die beiden Werte wo der Server schaut habt ihr mehr Magiker und Magiekraft dann nimmt der Server diese beiden Werten um eure Fertigkeiten zu berechnen habt ihr mehr Ausdauer und Magiekraft dann Ausdauer und Magiekraft und so weiter und so fort das lässt sich so unendlich weiterspielen also entweder schaut der Server immer was ist höher Magiker oder Ausdauer was nimmt er dann da und einmal Magiekraft und Waffenkraft was bedeutet denn überhaupt Magiker und Ausdauer natürlich sind das die Werte die ihr braucht also die Ressourcen um zu kämpfen eure Fertigkeiten auszuführen aber die erhöhen halt eben auch euren Schaden um da mal so einen Pima Daumen Wert zu haben 10,5 Ausdauer beispielsweise entsprechen ungefähr der Effektivität von einer Waffenkraft oder 10,5 Magiker entsprechen der Effektivität von einer Magiekraft also damit ihr da mal so einen Schwellwert habt und euch das vielleicht ein bisschen vorstellen könnt um diese Ressourcen wieder aufzufüllen also wenn ich jetzt ganz viel Ausweichrollen hintereinander gemacht habe dann füllen sich meine Ressourcen ja auch wieder auf wenn ich dann aufhöre mit den Ausweichrollen seht ihr die füllen sich langsam wieder auf dafür gibt es die sogenannte Regeneration und zwar und zwar ist das hier auf der rechten Seite Regeneration ist ganz einfach und zwar bekommt ihr alle zwei Sekunden den Wert der hier steht alle zwei Sekunden bekomme ich 725 Ausdauer wieder gut geschrieben alle zwei Sekunden heile ich mich um knapp 400 Leben und so weiter und so fort so funktioniert Regeneration darüber hinaus gibt es noch kritische Wahrscheinlichkeit kritische Wahrscheinlichkeit ihr seht jetzt hier ich habe jetzt hier zum Beispiel 51,8% kritische Wahrscheinlichkeit ist ein Wert der eure Effektivität um 50% erhöht was bedeutet das jetzt das können wir uns besonders angucken wenn wir mal rüberflitzen zu so einer Handwerks zu so einer Übungspuppe da kann man das immer sehr schön zeigen denn man sieht das auch hervorgehoben was für Effekte da ausgelöst werden das heißt also wenn ich jetzt hier die angreife dann seht ihr einmal ich habe hier weiße Zahlen und gelbe Zahlen die weißen Zahlen sind wesentlich niedriger das sind normale Treffer und die gelben Zahlen sind die sogenannten kritischen Treffer und die sind immer mindestens 50% stärker das heißt also wenn jetzt eine Fertigkeit 6000 Schaden macht oder 6000 Lebenspunkte heilt von mir oder einem Verbündeten und die dann kritisch trifft dann heilt oder macht die halt nicht 6000 Schaden sondern 9000 mindestens also 50% erhöht das ist eine ganze Menge die Wahrscheinlichkeit dass dieser Effekt um 50% erhöht wird die könnt ihr auch nochmal erhöhen zum Beispiel mit Sets und da gibt es ganz kryptische Werte mit denen viele nichts anfangen können zum Beispiel hier dieses Set gibt mir wenn ich davon zwei Gegenstände trage 657 kritische Treffer was bedeutet das denn jetzt was sind denn 657 kritische Treffer das könnt ihr ausrechnen ja und zwar 1% kritische Wahrscheinlichkeit entsprechen 220 das heißt also ich teile diese 657 die ich hier von diesem Set bekomme durch 220 das heißt also dieser Set Gegenstand gibt mir ungefähr 3% kritische Wahrscheinlichkeit dann habt ihr einfach mal so einen Wert mit dem ihr euch damit ihr wisst alles klar diese komischen Zahlen was soll ich damit anfangen warum erhöht sich jetzt wenn hier kritische Treffer steht meine kritische Waffentreffer und Magietreffer Wahrscheinlichkeit wie wird das umgerechnet jetzt wisst ihr wie es umgerechnet wird des Weiteren gibt es noch die kritische Resistenz die verringert dann wiederum den Schaden von kritischen Treffern hier ist ein ganz wichtiger Satz jetzt an dieser Stelle Gegner im PvE Gruppendungeons Raids und so weiter und so fort können nicht kritisch treffen nur im PvP kann kritisch getroffen werden des Weiteren gibt es noch mehr Resistenzen magische und physische Resistenzen nämlich bei Spielern Spieler können maximal 33.000 Resistenzen erreichen alles darüber bringt nichts mehr 33.000 Resistenzen entsprechen 50% weniger Schaden das heißt also 660 Rüstung heißt 1% weniger Schaden erhalten ganz ganz wichtig damit man mal ungefähr so im Kopf hat alles klar also ich habe jetzt hier beispielsweise 14.500 magische Resistenz was bedeutet das also wie viel weniger Schaden machen mir magische Fertigkeiten kann ich jetzt also ausrechnen alles klar magische Fertigkeiten machen mir 22% weniger Schaden einfach als Beispiel damit ihr wisst was ihr machen könnt um sozusagen hier euren Schaden zu verringern Resistenzen bei NPCs in der öffentlichen Welt funktionieren ein bisschen anders also beispielsweise Gegner in der öffentlichen Welt also nicht im Gruppendungeons die haben 9100 Resistenzen Gegner in Gruppendungeons Prüfungen Solo-Arenen die haben meist so in die Richtung 18.200 Resistenzen also so ziemlich das Doppelte in Solo-Arenen ist das manchmal ein bisschen gemischt und es geht darum möglichst die Resistenzen des Gegners egal ob jetzt nur im PvE oder im PvP auf 0 zu reduzieren um mehr Schaden am Gegner zu machen das erreicht ihr mit der sogenannten Durchdringung den Rüstungsdurchstoß und der magischen Durchdringung magische Durchdringung sorgt dafür dass ihr beim Gegner magische Resistenz ignoriert Rüstungsdurchdringung sorgt dafür dass ihr physische Resistenz des Gegners ignoriert ganz wichtig an dieser Stelle hier also ein super starker Effekt deswegen auch der Mundestein die Liebende empfohlen dass ihr die freischaltet hier ganz am Anfang ist die für euch das Beste weil die Liebende erhöht euren Rüstungsdurchstoß und das wird in den meisten Situationen am Anfang beim Level das Interessanteste sein an dieser Stelle Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten an diese Ressourcen ranzukommen ihr könnt mit Attributspunkten eure Malkanausdauer erhöhen mit Verzauberungen mit Sets eure kritische Wahrscheinlichkeit mit Fertigkeiten und dort gibt es eine Besonderheit es gibt nämlich Effekte mit einem Namen beispielsweise hier dieser Skill hier getarnte Jäger ist von der sogenannten Krieer-Gilde es gibt auch die Magier-Gilde mit dem Magier-Gilben-Licht die gibt mir an dieser Stelle hier größere Wildheit und Prophetie was meine kritische Waffen- und Magietreffer-Wahrscheinlichkeit um 2600 erhöht das Ding hat einen Namen und zwar größere Wildheit ist der Name in diesem Falle jetzt hier es gibt aber beispielsweise auch Möglichkeiten das über andere Wege zu halten zum Beispiel über Tränke hier bekomme ich auch größere Wildheit Effekte mit einem Namen bekommt ihr nicht doppelt gut geschrieben also ihr bekommt jetzt nicht zweimal 2600 kritische Wahrscheinlichkeit gut geschrieben das ist wichtig also kritische generell im Allgemeinen Effekte mit einem Namen die wirken nicht doppelt die wirken immer nur einmal ja und die beiden Skills die ich euch gerade vorgestellt habe Inneres Licht und hier halt eben der getarnte Jäger sind Teil einer NPC-Gilde und zwar die sogenannte Magier- und Krieer-Gilde das sind beides unglaublich wichtige Gilden denen ihr definitiv am Anfang beitreten solltet in eurem Startgebiet wird es irgendwo Häuser geben die solch ein Symbol haben das ist das Symbol der Magier-Gilde das ist das Symbol der Krieer-Gilde und ihr könnt allen Gilden gleichzeitig beitreten es ist auch wichtig das zu tun denn die haben sehr sehr starke Fertigkeiten die ihr später braucht es kann sein dass ihr als Magiker-Charakter Ausdauerfertigkeiten der Krieer-Gilde braucht es kann sein dass ihr im PvP beispielsweise Fertigkeiten der Magier-Gilde braucht obwohl ihr mit physischen Schaden spielt dementsprechend gleich von Anfang an mitnehmen die Krieer-Gilde levelt ihr durch das Töten von Untoten Wehrwölfen Vampiren und generell Dädrischen Kreaturen oder die Magier-Gilde levelt ihr durch das Aufheben von Büchern es gibt also in jeder Welt immer so verschiedene Bücher die ihr aufheben könnt wenn ihr auf dem PC spielt könnt ihr euch die Bücher anzeigen lassen ansonsten werdet ihr die einfach finden das sind Bücher mit einem blauen Licht drumherum wenn ihr die aufhebt dann verbessert ihr den Fortschritt eurer Magier-Gilde darüber hinaus gibt es ab Stufe 45 noch eine weitere wichtige NPC-Gilde das sind die sogenannten Unerschrocknen bei denen könnt ihr tägliche Gruppen Dungeon-Quests annehmen hier bei den Unerschrocknen in den Hauptstädten und zwar einmal in Gratwald einmal hier in der Schaden der Grammfester immer an diesem komischen Helm-Symbol zu erkennen und hier in Sturmhafen beziehungsweise Weges-Ruh dort bekommt ihr tägliche Gruppen-Dungeons Quests ab der Stufe 45 ihr könnt die Gruppen-Dungeons auch schon früher spielen aber zusätzliche Quests mit zusätzlicher Erfahrung gibt es dann hier und hier bekommt ihr auch die sogenannten Schlüssel als Belohnung für diese Quests und für diese Schlüssel eine neue oder eine Extra-Währung mit der könnt ihr euch dann besondere Monster-Sets freischalten das sind diese besonders starken Zweier-Sets die es gibt die man dann letzten Endes nutzen kann aber prinzipiell geben einem die Unerschrocknen auch Zugriff auf wichtige Fertigkeiten und zwar zum Beispiel für jede verschiedene Rüstungsart ihr habt ja mindestens immer eine Rüstungsart ausgerüstet 2% mehr Leben Magikön Ausdauer mit 2 verschiedenen Rüstungsarten sind das dann schon 4% sollte man nicht unterschätzen ist eine ganze Menge es lohnt sich also durchaus die Unerschrocknen zu leveln beziehungsweise die Quests von denen zu spielen wenn ihr ein höheres Level erreicht habt es gibt aber nicht nur NPC-Gilden es gibt auch Spieler-Gilden und da gibt es insgesamt 5 Stück und wir haben übrigens auch auf dem PCU-Server eine Ingame-Gilde der ihr gerne beitreten könnt es gibt bei den Gilden und das ist jetzt der Grund ihr könnt also insgesamt könnt ihr 5 verschiedenen Spieler-Gilden beitreten darauf wollte ich hinaus und zwar gleichzeitig das heißt also ihr könnt gleichzeitig in 5 verschiedene Spieler-Gilden Warum? Weil die verschiedene Arten haben es gibt PvE-PVP-Gilden Handels-Gilden und so wie zum Beispiel meine Community-Gilde sogenannte Feierabend- beziehungsweise Sozial-Gilden das heißt also da gibt es verschiedene Arten deswegen 5 verschiedene Gilden denen ihr gleichzeitig beitreten könnt und Handels-Gilden ist auch ein gutes Stichwort denn es gibt auch ein dezentralisiertes Handelssystem in Zelda ist kurz online es gibt also nicht ein globales Auktionshaus wo alle Spieler was einstellen können sondern ihr müsst Teil einer Handels-Gilde sein und diese Handels-Gilde kann dann in der Open World da gibt es immer so verschiedene Orte in den Städten gibt es hier diese Symbole mit der Waage und dem Banner im Hintergrund und hier gibt es verschiedene NPCs auf diese NPCs können die Handels-Gilden bieten das heißt also die bieten damit Gold drauf wöchentlich damit sie dann mit diesem NPC oder damit dieser NPC dann die Ware an Externe Gilden Externe verkauft das heißt also wenn man einer Handels-Gilde beitritt dann braucht diese Handels-Gilde einen NPC der muss wöchentlich gemietet werden und erst dann mit diesem NPC kann an Gilden Externe verkauft werden ihr müsst also durchaus wenn ihr ein bestimmtes Item haben wollt oder halt irgendwie Ausrüstungsgegenstand oder Aufwärter günstig erwerben wollt dann müsst ihr durchaus regelmäßig durch die verschiedenen Gebiete reisen und dort zu den verschiedenen Gildenhändlern gehen Sedemex bzw. die Entwickler des Spiels wollen so erreichen dass es einen Grund gibt durch die Welt zu reisen und damit die Welt insgesamt belebter wirkt Gilden intern könnt ihr auch handeln und zwar wenn eure Gilde keinen Gildenhändler habt oder generell nur bei eurer Handelsgilde einkaufen wollt dann könnt ihr auch zu jedem Banker gehen in der Stadt einfach ansprechen und auch dort könnt ihr ein Handelsmenü öffnen aber dann halt nur handeln innerhalb der fünf Gilden oder der einen Gilde je nachdem in der ihr dann letzten Endes drin seid das heißt zusätzlich gibt es noch eine sogenannte Gildenbank das sind dann 500 zusätzliche Item Lagerplätze wo eure Gilde innerhalb Sachen untereinander austauschen können austauschen ist auch ein wichtiges Stichwort denn ich sage euch jetzt wogegen ihr eure Kronen also die Echtgeld Währung nicht austauschen solltet und auch weitere wichtige Sachen im Spiel und zwar Wehrwölfe und Vampire das sind der nächste Punkt zu den ich gerne mit euch kommen würde es gibt die Möglichkeit in The Elder Scrolls Werwolf oder Vampir zu werden und ich gebe euch ganz herzlich hier den Rat kauft euch das bloß nicht für Kronen denn ihr könnt das kostenlos bekommen einfach so ohne Echtgeld zu verschwenden und das lege ich euch auch ganz herzlich ans Herz ganz herzlich ans Herz und zwar könnt ihr euch einfach von anderen Spielern beißen beziehungsweise verfluchen lassen andere Spieler die schon ein bisschen länger Werwolf oder Vampir sind können einen passiven Skill freischalten beim Werwolf heißt jetzt hier beispielsweise Blutmond und dann können sie einmal pro Woche einen anderen Spieler infizieren infizieren können die also müsst ihr einfach mal wenn ihr Werwolf werden wollt fragt einfach auf Englisch oder auf Deutsch im Gruppenchat hey hat jemand einen Wehrwolf Biss hat werden die Spieler wissen was gemeint ist und dann schreibt euch einer an ihr müsst dann zu einem besonderen Ort in der Welt reisen das ist ein bestimmter Schrein das wird dann der Spieler kennen der euch antwortet und euch dazu einlädt gebissen zu werden lasst euch da auch nicht verarschen die meisten bieten das kostenlos an wenn man in der Gilde ist dann erst recht wenn man einfach von einem Random Spieler in der Open World ein Biss bekommt okay dann vielleicht 4000 10.000 Gold alles klar aber lasst euch da jetzt nicht irgendwie was abknüpfen und wenn ihr dann gebissen worden worden seid an diesem Schrein von dem anderen Spieler dann bekommt ihr eine ganz kurze Einführungs Quest und bekommt verschiedene Fertigkeiten freigeschaltet einmal passive Fertigkeiten und aktive Fertigkeiten in die ihr auch wieder Fertigkeitspunkte reinstecken könnt das Prinzip vom Wehrwolf ist ihr habt außerhalb der Wehrwolf Form also wenn ich hier ganz normal als Mensch unterwegs bin keinerlei Nachteile nichts ihr könnt ganz easy einfach entspannt rumlaufen und ihr werdet da nichts bemerken was sich verändert hat aber der Wehrwolf selbst ist so eine Art extra klasse und zwar wenn ihr euch in den Wehrwolf verwandelt dann habt ihr nur noch Zugriff auf eure Wehrwolf Skills auf nichts anderes also ich habe jetzt einzig und allein Zugriff auf die Wehrwolf Skills auf was anderes habe ich keinen Zugriff mehr nur noch das was hier unter Wehrwolf zu finden ist also ist so eine Art eine Klasse der Wehrwolf ist nach wie vor andere Fertigkeiten benutzen das heißt also der Vampir ist keine extra Klasse sozusagen so kann man das nicht bezeichnen beim Vampir ist einfach so ihr habt ja verschiedene Vampir Stufen der Wehrwolf ist immer gleich stark auch wenn man die Fertigkeiten ebenfalls leveln muss indem man Leichen frisst die man getötet hat um länger in der Wehrwolf Form zu bleiben muss man auch regelmäßig Leichen fressen in der Vampir Form muss man einfach Blut von Humanoiden NPCs sozusagen saugen um in seiner Vampir Stufe höher zu werden und man muss Gegner töten als Vampir um einen Erfahrungspunkte Fortschritt beim Vampir zu erzeugen der Vampir gibt euch mehr Schaden Flexibilität was Überlebensfähigkeit angeht und erhöht allerdings oder erschwert euer Ressource Management das ist wichtig das ist dann der Nachteil den der Vampir mit sich zieht Nachteil als Vampir habt ihr immer auch außerhalb der Vampir ultimativen Kraft das waren jetzt erstmal die Sachen es gibt aber noch mehr was ihr nicht im Kronen Shop kaufen solltet was ihr euch ingame erspielen könnt und zwar möchte ich euch als nächstes hier an dieser Stelle einmal vorschlagen wie ihr an Inventar Platz rankommt das ist auch so eine Sache ganz viele Spieler kaufen sich Inventar und Bank Platz über den bloß nicht das ist reine Geldverschwendung in jeder großen Stadt findet ihr einen sogenannten Gepäckhändler den seht ihr wenn ihr einen Blick auf die Karte werft ich tue das jetzt hier mal und sehe alles klar irgendwo hier an diesem Handelsplatz gibt es einen Gepäckhändler in der Stadt steht ganz unten das heißt also ihr macht euch auf den Weg und sucht dieses Gepäck Symbol in der Stadt ist super easy ihr könnt da nicht viel falsch machen ich weiß beispielsweise jetzt hier wo der ist sehe hier hinten da ist dieses Gepäck Symbol ich spreche mit dem Händler und der sagt hey für Gold kannst du jetzt hier also für erspieltes Ingame Gold kannst du dein Inventar erweitern und ihr seht das kann man ziemlich doll erweitern das gleiche geht auch an der Bank wenn ihr zu einer Bank hingeht und dort die mittlere Taste drückt die auf dem Bildschirm angezeigt wird könnt ihr auch an der Bank euer Inventar an der Bank erweitern kleiner Hinweis als ESE Plus Mitglied habt ihr doppeltes Bank Inventar könnt ihr also wesentlich mehr in eure Bank reinlegen euer Inventar also das was ihr mit euch rumträgt nicht eure Bank könnt ihr auch nochmal mit Reitfertigkeiten erweitern das sind diese hier und zwar insgesamt um 60 Inventarplätze und da geht es dann auch als nächstes jetzt so um Fortbewegungsmittel auch da ist es so ab Stufe 10 bekommt ihr ein Reittier geschenkt ihr könnt euch auch ein paar Reittiere kaufen hier zum Beispiel dieses schwarze Pferd falls ihr das geschenkte Reittier nicht so mal mögt und wenn ihr dann diese Reitfertigkeiten levelt die wir hier gerade gesehen habt verändert sich auch ein bisschen die Optik dieser Reittiere Reittiere die ihr im Chromshop erwerbt sind lediglich optisch anders das heißt also die sind nur kosmetisch mehr nicht bei den Reitfertigkeiten gibt es nicht nur die Möglichkeit mehr zu tragen ich würde euch auch empfehlen Schnelligkeit zu leveln und dann gibt es noch die sogenannte Ausdauer der Reittiere die hängen da desto mehr Ausdauer euer Reittier habt desto unwahrscheinlicher ist es dass es euch abwirft wenn ihr angegriffen werdet während ihr auf dem Reittier seid das ist also auch eine ganz nette Kleinigkeit einmal täglich könnt ihr eure Reitfertigkeiten verbessern pro Charakter gelten eure Reitfertigkeiten für alle Reittiere ihr müsst es also mit jedem Charakter machen den ihr neu erstellt dann müsst ihr dann halt diese 60 60 leveln Geschwindigkeit Traglast Ausdauer und dann gilt das für all eure Reittiere es gibt aber auch noch die Möglichkeit der sogenannten Schnellreise einmal mit Teleportschreien zu Teleportschreien das sind diese Schreine mit der blauen Flamme die seht ihr auch sehr gut auf der Karte hervorgehoben also hier zum Beispiel ist der Teleportschreien von Davons Wacht man kann ihn nicht verfehlen in jedem Gebiet sehen die etwas anders aus und wenn ihr an ihn dran geht könnt ihr jetzt hier zu einem anderen Teleportschreien Teleportieren indem ihr den anwählt und anklickt ihr könnt aber auch von irgendwo aus der Open World irgendwo hin teleportieren das heißt also ich kann jetzt ich bin jetzt gerade in irgendeinem Dungeon alles klar kostet es mich halt Gold die Schnellreise um dann da hin zu kommen aber auch hier gibt es noch einen kleinen Geheimtrip Geheimtrip genau ist auch prinzipiell ein Trip aber ich meine eher ein Trick um Gold zu sparen beispielsweise ihr wolltet irgendein Gebiet in dem ihr noch nicht wart dann sucht euch eine Gilde da kann nämlich ein Spieler hinreisen oder ihr könnt einfach mal im Gildenmenü gucken ich war zum Beispiel tun wir jetzt mal so noch nie in Kluftspitze und ich möchte gerne nach Kluftspitze also kann ich jetzt hier ins Gildenmenü gehen und kann kostenlos zu dem Spieler hinreisen ohne dass ich da jemals davor in diesem Gebiet gewesen sein muss das gleiche funktioniert auch über die Freundesliste auch da könnt ihr dann zu einem anderen Spieler hinreisen obendrauf auf dieses ganze Schnellreisesystem gibt es auch noch das Antiquitäten System das bekommt ihr wenn ihr Greymoor freischaltet da hatten wir vorhin schon bei den Sets über die sogenannten Mythic Items ganz kurz mal gesprochen und hatten das einmal angerissen bei den bei den sogenannten Antiquitäten System ist es so dass ihr ja wie Indiana Jones zwei kleine Minigames spielen müsst und dann könnt ihr Housing Items ein kostenloses cooles Zwema Wolf Reitier freischalten und noch viele andere tolle Sachen Cosmetics und so weiter und so fort ihr müsst einfach zwei kleine Minispiele spielen um euch dann die Sachen zu holen und so könnt ihr dann zum Beispiel auch an diese super krassen Mythic Items rankommen indem ihr da verschiedene Spuren freischaltet die Spuren bekommt ihr aus verschiedenen Quellen wenn ihr in Gebiet X einen Gegnertypen tötet beispielsweise kann es sein dass ihr in so eine Spur droppt dann müsst ihr ein Minigame spielen um zu wissen wo ihr hin müsst und in dem Gebiet wo ihr dann hin müsst müsst ihr noch ein zweites Minigame beim Ausgraben spielen und dann bekommt ihr Zugriff auf dieses Antiquitäten System es lohnt sich auch immer dem Antiquitäten Zirkel beizutreten weil das sehr mächtige Items sind um Zugriff auf dieses System zu erhalten müsst ihr einmal ins westliche Himmelsrand dort gibt es die Stadt Einsamkeit und den Antiquitäten Zirkel mit einer kurzen EinführungsQuest für euch und mit diesem Antiquitäten System könnt ihr auch richtig nice Möbel bekommen ein bisschen was von den Möbeln habt ihr ja jetzt schon bei mir hier gerade eben gesehen als ich jetzt hier immer mal wieder in den jeweiligen Häusern drinne war und euch die hier gezeigt habe gerne möchte ich euch auch zeigen was man damit alles so machen kann denn das Housing ist prinzipiell kosmetisch aber ihr habt gesehen man kann auch ein paar praktische Sachen machen zum Beispiel diese ganzen Handwerkstische habt ihr vorhin gesehen das waren so Crafting Sets die ich einfach in mein Haus gestellt habe für meine Gilden Mitglieder oder die Mundesteine kann man für Echtgeld kaufen da muss man sie nicht mehr in der öffentlichen Welt anteleportieren und die Gilden Mitglieder erhalten Zugriff auf die ja überall in der Open World sind Häuser verteilt die könnt ihr entweder durch eine kostenlose Einführungsquest über den Kronshop erspielen da gibt es ganz kleine Tavernenhäuser ich möchte euch gerne mal ein paar Beispiele zeigen dieses Haus hier zum Beispiel habe ich mir erspielt indem ich dieses Gebiet hier durchgespielt habe bestimmte Errungenschaft da erspielt habe und habe ich mir dieses Haus für Gold gekauft es war komplett leer und alles was ihr hier seht konnte ich individuell einrichten ich kann hier also alles verschieben diese NPCs kann ich verschieben diese Badewanne kann ich verschieben dieses Regal habe ich da hingestellt das heißt also das habe ich alles hier habe ich alles eingerichtet diese Höhle hier habe ich selbst designt das heißt also hier steht eigentlich gar keine Höhle die habe ich hier einfach reingebaut oder auch dieses Gewächshaus hier oben habe ich hier reingebaut ist ein Item und habe mir das hier so optisch schön gemacht also dafür musst du Errungenschaften erspielen und Gold es gibt aber auch die Möglichkeit sich kleine Tavernenhäuser freizuschalten auch da möchte ich euch gerne mal eins als Beispiel zeigen die man dann kostenlos freispielen kann da kann man auch einiges draus machen dann aus diesen Sachen diese Häuser sind accountweit die gelten also für all eure Charaktere und ihr bekommt die Vorlagen für all diese Items die jetzt hier gerade gesehen habt nicht nur indem ihr die fertigen Items aus dem Chronoshop kauft sondern ihr könnt euch die auch über die sogenannten Blaupausen herstellen also überall in der offenen Welt aus Behältern wenn ihr Schränke lootet Rucksäcke lootet Gegner lootet könnt ihr Spuren erhalten beziehungsweise Blaupausen Herstellungsvorlagen mit denen ihr dann beim Handwerk die Sachen herstellen könnt das hier ist so ein kleines Tavernenzimmer das kann man kostenlos freischalten für einen kleinen Obelus beziehungsweise für eine Einführungsquest um dieses Housing überhaupt erstmal mit dem Housing zu beginnen geht ihr hier in den Chronenshop auf Quests und hier gibt es das Wohnprospekt ist super easy eine kleine Einführungsquest wo ihr ein Haus geschenkt bekommt und dann halt eben einen kleinen Hocker platzieren müsst und alles weitere hängt dann an euch das ist eins der coolen kosmetischen Systeme bei denen ihr zum Beispiel Vorlagen in der Open World looten müsst es gibt aber auch noch das sogenannte Montursystem beziehungsweise Stile Kostüme Kosmetics im Allgemeinen und da gibt es richtig richtig viel was man machen kann also es sind euch da keine es sind euch da unendliche Möglichkeiten gesetzt ich habe jetzt hier versucht in diesem Video schon öfters mal durch meine Charaktere durchzuloggen damit ihr mal so ein paar verschiedene Sachen seht es gibt überall in der offenen Welt sogenannte Stilseiten die ihr looten könnt die bekommt ihr aus Behältern aus Gebietsquests DLC beziehungsweise Vierer Dungeons und Raids da könnt ihr auch Stilseiten erhalten aus dem PvP wenn ihr beispielsweise Battleground spielt aber auch von verschiedenen Events und dann gibt es immer mal wieder in der Open World sogenannte Monturtische hierzu müsst ihr einmal wieder auf eure Karte schauen gucken wo der ist ich weiß jetzt schon wo der ist das unterste Symbol ist der Monturtisch ich sehe hier ist dieses Symbol Monturtisch also kann ich da jetzt reingehen und finde hier den sogenannten Monturtisch und hier kann ich mir mit den Stilen sowas wie ein eigenes Kostüm zusammenstellen so in der Richtung funktioniert das da kann ich dir dann einfach hier auswählen wie ich möchte vorausgesetzt ich habe sie schon erlernt und desto mehr Errungenschaften ich habe desto mehr verschiedene Farben stehen mir dann zur Verfügung mit der ich dann hier meine Sachen umfärben kann wie mir das gerade so beliebt wie ich da gerade so Bock drauf habe mit ESO Plus bekommt ihr dann die Möglichkeit auch euch Kostüme zu verändern also es gibt ja nicht nur Monturen mit den Stilen die sind erspielbar sondern es gibt auch die Möglichkeit über den Kronen Shop oder über bestimmte Quests verschiedene Kostüme freizuschalten und diese Kostüme könnt ihr dann nur mit ESO Plus umfärben genauso wie Kopfbedeckungen zum Beispiel also es gibt extra Hüte hier beispielsweise das hier ist eine extra Kopfbedeckung die kann ich dann an diesem Tisch einfärben genauso wie ich das gerade mit der Truhe mit der mit der Montur getan habe dann gibt es noch Verwandlungen die bekommt ihr aus Raids haben wir vorhin schon ein paar gesehen schwere Gruppeninhalte muss man für die spielen oder aber auch diese sogenannten Skins ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Silberhaut an das wäre jetzt hier ohne Skin das hier ist jetzt mit Skin sehe ich ein bisschen anders aus und dann gibt es halt auch diese Persönlichkeiten die es teilweise erspielbar gibt teilweise aus dem Kronen Shop ich habe jetzt hier das wäre normal und ich bin jetzt hier unverschämter Assassine die gab es glaube ich mal im Kronen Shop soweit so gut das waren jetzt mal hier die Montursachen beziehungsweise die optischen Sachen darüber hinaus natürlich die ganzen Reittiere die ihr im Shop kaufen können friedliche Begleiter die euch allerdings nichts großartig bringen es gibt aber auch Begleiter die euch etwas bringen und das sind die sogenannten Gefährten Gefährten sind ziemlich cool um euch die Gefährten freizuschalten müsst ihr erst eine kurze Story mit ihnen erleben beispielsweise in dem Gebiet Dunkelforst dort gibt es hier oben eine Ruine wo ihr Miri freischalten könnt oder hier unten eine Höhle bei denen ihr Bastion freischalten könnt Gefährten sind kämpfende Begleiter die ihr überall in der Open World außerhalb des PvP benutzen könnt außer in Solo-Arenen denn die sind ja Solo diese Gefährten könnt ihr mit extra Ausrüstung die anders aussieht als Spielerausrüstung ist immer so umrandet ausrüsten ihr habt gesehen vorhin konnten wir bei einem der NPCs so ein bisschen Standardausrüstung kaufen für die Gefährten und das sind einfach abgewandelte Formen der Klassen das heißt also das hier Miri ist eine Nachtlinge die hat also auch die drei Skillbäume der Nachtlinge mit ein bisschen anders aussehenden Fertigkeiten und die hat auch ganz normal Zugriff auf die verschiedenen Waffen hier ist halt eben wie ein Spieler bloß ein bisschen abgewandelt als NPC der kämpft dann mit euch ihr könnt ihn ausrüsten es gibt ein paar Quests die ihr mit erledigen könnt ihr könnt die halt eben auch wie ihr wollt einkleiden wie ihr da lustig seid könnt alles mögliche wie ihr wollt hier ein bisschen ausprobieren und euch angucken wie da was so aussieht ob das gut aussieht oder schlecht aussieht ist dann euch überlassen was ihr aus diesen Charakteren letzten Endes macht und da gibt es dann halt eben coole Sachen die ihr mit den Charakteren halt eben machen könnt Romanzen sind aktuell noch nicht möglich aber demnächst hat Senemex gesagt ist das eine Sache die noch auf ihrer Liste steht an dieser Stelle hier also ja Gefährtenausrüstung könnt ihr euch wiederum entweder nur die Standardsachen kaufen bei den Händler NPCs die hier halt immer so rumstehen also hier beispielsweise kann ich das schmieden aber bei einer Ausrüstungshändlerin könnte ich mir jetzt Standardsachen kaufen halt eben die würde ich aber nicht empfehlen und darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit sich diese Sachen zu erspielen Gefährtenausrüstung bekommt ihr aber nur wenn ihr bereits einen Gefährten besitzt und der mit euch rumläuft also nur wenn ich jetzt hier Miri beispielsweise draußen habe und die mit mir rumläuft nur dann kann ich im Loot durch Gegner looten und so weiter und so fort Zugriff bekommen aus zusätzliche Gefährtenausrüstung die ich ihr dann geben kann also das kann ich dann bei ihr hier ändern kann ich aber nur freischalten wenn ich sie mit mir rumschleppe an dieser Stelle hier sozusagen die Gefährten würde ich als Heiler oder als Tank empfehlen denn Schaden machen die jetzt nicht so wirklich das ist nur eine kleine Nettigkeit um euch das ein bisschen zu vereinfachen eine Montur könnt ihr den übrigens auch anziehen das ist glaube ich sogar hier ihre Standardmontur ja also da könnt ihr auch einiges mit machen auf jeden Fall wie ihr da Bock drauf habt mit diesem Gefährtensystem kommen wir ganz zum Schluss noch zu ein paar super wichtigen Einstellungen diese zeige ich euch jetzt auf dem PC ihr könnt sie aber auch auf der Konsole machen ohne Addons Addons werde ich in diesem Einsteiger Guide gar nicht erst großartig befassen beziehungsweise erwähnen das könnt ihr euch dann in extra Videos auf meinem Kanal anschauen ich möchte euch ein paar Sachen erklären die ihr hier in den Spieleinstellungen ändern könnt und zwar haben wir jetzt hier beispielsweise die Einstellung des Spielablaufes und hier ganz wichtig ich werde immer wieder in meinen Videos gefragt wie kannst du denn die gegnerischen Flächen von Rot auf Pink umfärmen das könnt ihr wenn ihr hier Kampfhinweise aktiviert und benutzerdefinierte Farben einschaltet dann könnt ihr hier eine Farbe auswählen könnt ihr zum Beispiel nicht so gut Rot sehen stellt ihr euch das um könnt ihr nicht so gut Grün sehen stellt ihr euch das um meine Empfehlung ist die Transparenz so niedrig wie möglich zu machen damit ihr also die Helligkeit damit ihr so viel wie möglich von dieser Sache letzten Endes dann sehen könnt ganz klar an dieser Stelle hier ein wichtiger Tipp meines Erachtens damit ihr gut mit der ganzen Geschichte klarkommt was ihr auch sowohl am PC als auch in der Konsole könnt das euer Sichtfeld verändern das heißt also hier sieht man immer das wäre das Standardsichtfeld und ich empfehle euch zieht das hoch das Standardsichtfeld ihr wollt so viel wie möglich sehen also wenn ich jetzt hier mit der Kamera rauszoome dann bin ich näher am Charakter dran als wenn ich das aufs Maximum hochdrehe und sage 130 jetzt bin ich weiter von meinem Charakter entfernt und habe so mehr Überblick über das Geschehen ist vielleicht nicht ganz so immersiv aber ist auf jeden Fall meine Empfehlung bei Oberfläche würde ich immer einstellen User ID bevorzugt denn die Spieler haben häufig unterschiedliche Charaktere so könnt ihr die besser voneinander unterscheiden das ist auf jeden Fall meine Empfehlung ansonsten gibt es noch die Möglichkeit hier bei Kampf ein bisschen was zu machen es gibt einmal die sogenannte Aktionsleiste bei der ihr auch die hinteren Fertigkeiten sehen könnt also wenn ihr hier bei Aktionsleiste beides anschaltet Wirkdauer der Fertigkeiten und alternative Aktionsleiste Wirkdauer bedeutet ich sehe jetzt hier eine Zahl auf der Fertigkeit wie ihr das sehen könnt ja und alternative Fertigkeitsleiste da seht ihr wenn ich jetzt einen Waffenwechsel mache dann sehe ich hier ganz klein die beiden Symbole im Hintergrund und ich sehe am Balken alles klar die Fertigkeiten sind gleich zu Ende ich muss die also wieder neu aktivieren das also definitiv auch noch eine kleine Empfehlung die ich euch gerne ans Herz legen möchte wie ihr das Ganze am besten angeht ansonsten gibt es noch die sogenannten Kampfereignisse ihr habt vorhin als wir uns ein bisschen an dieser Übungspuppe in meinem Haus unterwegs waren um euch das Kampfgameplay ein bisschen zu erklären gesehen dass ich so Schadenszahlen habe das ist kein Addon das könnt ihr hier bei Kampfereignisse einschalten ich habe hier einfach alles aktiviert und jetzt habt ihr diese Zahlen wenn ihr geheilt werdet seht ihr unten am Bildschirmrand ich habe gerade Heilung bekommen wenn ihr an dem Gegner Schaden macht oder halt auch keinen Schaden macht dann seht ihr das indem da Zahlen stehen oder halt eben keine Zahlen stehen also auch das meines Erachtens eine gute Empfehlung es gibt dann noch die Möglichkeiten auf dem PC Addons zu installieren das heben wir uns aber für ein anderes Video auf ja und ganz wichtig aber auf jeden Fall ein bisschen fortgeschrittener ist das Thema Rotation wenn ihr jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener seid vielleicht nicht mehr Stufe 50 dann ist es auf jeden Fall ganz wichtig in welcher Reihenfolge ihr eure Fertigkeiten wirkt dazu habe ich euch hier einmal ein Video verlinkt wo ich das so gut wie möglich erklärt habe wie ihr eure eigene Rotation erstellt oder wie ihr erfahrt wie Spieler diese Rotations entwickelt haben schaut da also auf jeden Fall mal vorbei ich würde mich definitiv freuen und ich denke es wird für euch einen Mehrwert bringen denn die Rotation ist mit Abstand das was euch am meisten Schaden bringt mehr Schaden als Ausrüstung mehr Schaden als alles andere verabschiedert und es wird für euch am besten